ja moin moin liebe youtube pyrofreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren test video hier auf meinem kanal ja ich habe heute auch noch mal wieder einen interessanten sylvester artikel für euch und zwar den roten kursar von feier event feier event selber sagt ja es sei der mega pirat auf dem österreichischen und deutschen markt was den schwarzpulver piraten angeht soll es wohl der beste sein und auch der stärkste laut feier event das ganze gucken wir uns jetzt auch gleich im live test an 20 stück sind drin in der packung das macht dann also 1,5 gramm schwarzpulver pro knaller ja die aufmachung gefällt mir allerdings sehr 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 gut sieht hochwertig aus macht einen sauberen eindruck verleitet zum kaufen das layout finde ich klasse und jetzt gucken wir uns mal an ob feier event halten kann was die da so versprechen also viel spaß freunde ja Das war's. Das war's. alter schwede also das ding drückt für 1,5 g schwarz pulver ja mal richtig